Hihii 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 Okay eigentlich wollte ich über den Produkt reden Ah, Fall Hihii 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 Ich will das rein kommen Nein, das schneiden wir raus Hm So Ah Hallo, also die Julia liegt heute Soll ich mit der E-Kruske? Ja Bonjour Paris Und Was sagt Paris? Okay Es ist Französisch Paris Okay, ich kling für Brie Ich mag Brie Und fang an zu erzählen Okay Und jetzt, warte, jetzt sprich ich wieder ganz magisch ins Okay, warte, mach, hopp Ich mache Zopf auf die rechte Seite Oh mein Gott Und dann haben wir zwei Zupse Okay, okay Okay Okay, wenn du das jetzt reichen Ich fühle mich zuerst, hau dämliche Tussi Ah, 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 ah Und wie Haarträger sieht man Oh, yeah Oh, yeah Okay, ich muss jetzt anfangen Das ist ein seriöses Weg Schau mal in den Kopf Schau mal in den Kopf, lass es wieder irgendwie Sich selbstständig machen, schau Wie geht die, wie wir machen dramatische Musik Keine Wie wersen sich die Tüten schon Oh, äh Schütz Din, 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 din Du, 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 du Okay. Nein! Ich kann wieder, wie heißt er? Der Typ aus, ähm... Spocky? Der Spocky? Nein, 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 das ist der Typ aus Traumschüß-Surprise, der... Spannende-Creme-Suppe! Das kann ich nicht. Was auch mit der dann noch macht. Ja. 21,9% Ähm... Von natürlicher... Von natürlichen Farben. Was? Und Bio-Farben. Nja, es gibt halt so Leute, die sonst Bio-Bauern halt. Genau, Bio-Bauern. Bio-Bauern, da fahrt die, die bauen Make-up nämlich auf, auf Bäumen an. Äh, genau, hä 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 hä. Und vergraben Lübbenstifte, damit sie auf Bäume wachsen. Und dann wieder mit Lübbenstift-Förben und noch heben. Bäume wachsen. Äh. Ich glaub, da schneide ich jetzt. Ich glaub auch, aber wirken grad sau blöd. Ja. Halloiii-hä. Häh. Ich sag's ja. Da hängt es dir in meinem Dio. Und unser Hauptdarsteller heute ist. Das hat man die ganze Zeit gesehen, gell? Auch in einem anderen Video. Da mache ich immer so einen Balken hin. Mein Dio. Schlapp schon mit dir und seid drauf. Nein. Die Teile, die du mit dir haben, das ist die, von denen ich rede. Hallo. Oh mein Gott. Ach. Hi. Also jetzt, wo der Herbst wieder da ist... Sind wir auch wieder da. Okay. Hi. Also jetzt wurde... Hallo. Also jetzt wurde... Halt. Halt. Wie, du machst hier welche Faxen nebenbei, gell? Hi. Also jetzt, wo der Herbst wieder angefangen hat, gibt es auch genügend Grenz... Grenz. Hi. Scheiße. Ja. Jetzt haben wir... Ja. Ja. Es ist jetzt so. Es ist so. Ja. Ja. Das ist so. Vielen Dank.